Ich hab auch keine Ahnung, wo ihr seid, auch da seid ihr. Ja, hier und dann einfach hier auf dem Balkon, weißt du. Im Fenster. Wir fanden was. Ach, sie lasst es doch mal sein, komm. Ich weiß gar nicht, was du da machen musst. Dann jetzt machen. Ne, one quest? Das ist, glaube ich, ne... Story quest, die wir jetzt noch an der Zeit kriegen. Treffen sie sich mit Troy. Warum nicht? Komm, wir haben Troy. Wenn du die Mission hast, dann machen wir halt die, ob tatsächlich oder was. Ja, ich hab aber gar nur in den Slums in die Mission. Wir sollten vielleicht den Slums in den Slums dann irgendwie, weil spät wird. Okay. Wollt ihr dann hier ein bisschen looten, dann ist es ein paar und dann weitergehen? Ständiger ziemlich wenige Leben nicht gut er hat sich schon die Waffen geben ich kann er sprach schon für die Haube Röckner unterlassen geladen Kommunikation aber ich habe noch vier Stück ach so der Moment Samus und herrlichen gut ja wenn jeder welche werden werden wir ausrufezeichen auf der karte oder angekommen auch zurück ins Land ist ja auch kein Problem man kann ja immer nur die wechseln durch die über Plakate die Karte guckst es sieht aus wie so diese Tür hier genau ah Lavendelpflanzen ist doch scheiße ach so ne wenn du jetzt eine Quest wählen würdest aus dem Slums dann zeigte die automatisch an welche Tür du gehen musst und geht genauso machen wir das gut und ob sie keine Schrotmonie du hast mir zwar eine Schrotfinante gegeben aber keine Monie ja die musst du dir kaufen ganz lieb ja kann ich nicht kann nur Pistole Monie kaufen gut dann lass mal safe aus und ne Runde pennen scheiße ich muss mal nochmal Feilung, ach ne Feilung so mehr herstellen wohl jetzt nicht ich bin zu weit Spiderschädig, Spiderschädig keiner fliegt so schön wie Spiderschädig ja ist das nicht dieses verficktes safe wo man nix machen kann hier nix machen was willst du denn da machen? schlafen du kannst hier nicht schlafen du kannst hier nicht schlafen du kannst hier irgendwie kein Bett na toll ja aber wir können kämpfen da sollten wir noch ganz ja gut die Nächste sind ja eigentlich lange da sollten wir noch ja auch wenn wir in der Sicherheitszone hab ich hier ne Waffe also ich war mit Chrissy schon mal hier also hier vorne geht das ganz gut wo ich stehe grad hier wird sich jetzt so ein verlassen und da bin ich gerade drinnen aber ich hab trotzdem ne Waffe ja ist doch gut ist aber komisch oder nicht? da bist du natürlich drin Schädig hat wenig Leben Dude rennt schnell hin um ihn zu retten Schädig heilt sich selbst Angel sagt ich hab auch wenig Leben Dude sagt tut nix Twitch Moments ich hätte mich gar nicht mitbekommen ich auch nicht aber Ragnar hat das wohl mitbekommen also wird es so gewiesen sein ja ich glaub ihm das auch ach wenn ich das erzählt hätte hättet ihr mir nicht geglaubt oder was? war es denn so irgendwie? jaa Ragnar war es denn so? das kann ich vor 22 Uhr nicht erzählen wobei SpiderShady die Fäden rauskommen da doch nicht sind nasenlöchern du hast die leuchtstab leuchtstab mod leuchtstab mod aber hier ist eigentlich der ton verstehst du die beiden gut das ist ein bisschen improvisiert heute weil es halt nicht anders geht mit dem ton und das kann auch mal sein dass du in den oder so doppelt hörst mal für ganz kurze zeit oder so wieso gibt es tonprobleme oder fragt ragnarv es erhört so so gespielt haben wir es dann und das sind dann die mods die ich herstellen kann die ich dann wieder verbauen kann sozusagen oder wie ja das heißt ich könnte jetzt die giftstachel herstellen sozusagen wenn ich das 20 euro für ein video wo fäden aus deiner nase schießen und du von haus zu haus schwingst ja ich werde reich und ton ist super ok dann lass ich das jetzt immer so eingestellt ja wenn ein engineer kann es ja wieder lauter machen ich konnte meine fehlen nicht also vor und jetzt ist schießen und ich bin ohnehin nee du musst dich aber wieder lauter stellen weil ich dich ja sonst zu leise habe ja gut ja wie gesagt aber ich werde mich nicht wieder auf die volle lautstelle schießen hier ist ja schon einer ja ragnanis ist immer so ne da gibt man vorher an dass man spidershade ist ja dann fliegt man auf die frisse im shop steht einer der geht shoppen ich bin zurück ich bin zurück ich bin am Arsch ich bin am Arsch was es ist einer hinter euch hinter ja ok er hat sich leicht die Augen zu bereiten wegen dem Licht aber ich glaube das ist zu wenig wir kommen halt hier hin ja aber das macht ja trotzdem nix sie kommen hier hin aber ihr killt sie so lange sie fern sind und ich kill sie dann mit der Nachkampfwaffe alter hier ist ja einer so 8 Schuss habe ich noch für die Schrot danach nur Sturmgewehr und danach auch nur wieder Ragnar ich versuche jetzt mal deine Stimme nachzumachen Frage an Angel wie ist bis jetzt der Urlaub was ist am besten also der Urlaub ist mega geil und am besten kann ich gar nicht sagen weil alles einfach mega geil ist natürlich das sagt er schreibt er einfach fick dich ey das kann doch nicht mal sein guck mal auf die andere Seite Chrissy ist das beste ja eine andere Antwort als Maxi wäre jetzt enttäuschend stimmt für mich war auch Maxi das beste die anderen Beine habe ich bloß ertragen alter nur für Maxi aper und und mal hab du du krass du hast du hast du 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 wof du Ich bin angespuckt worden. Habe ich das nicht. Hä? Wo denn? Wo denn? Unten. Da kommt einer rauf, Achtung. Es kommt da gefallen. Ein Schuss, leider schuld. Da sparen ich mir. Alter, wir gucken von oben. Scheiße! Ich kauf mir in aller Seelen Ruhe gerade Muni. Ja, gar nicht so unpraktisch hier. Ich logge sie mit dem UV-Ding hoch und dann... Ich ziehe ab, du. Verscheust sie die. Ah, cool. Ah! Was passiert? Wo bist du? Runden? Nee, auf so'n Vordach. Neben dem Shop. Da war so'n... Der Wecker. Vorsicht! Da war so'n Typ. Alter! Jetzt geht's hier überhaupt. Was schreit der eigentlich? Na, die... Aus der Hütte. Was schreit der eigentlich? Na, die... Aus der Hütte. Okay, halt. Die runterfallen. Da war so'n Typ. Da war so'n Typ. Ach, das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Da war so'n Typ. Ah, da war so'n Typ. Da hab ich mir immer noch so'n Angebote ange...